Ja, dann machen wir die aus Metall. Da muss dann noch ein Druckknopf hin. So, der Sand hier kann wieder weg. Die Fackeln ausruhen dann auch. Wir könnten da oben, da oben dann Glühsteine hinhängen und da drin dann auch. Und Fensterscheiben brauchen wir auch. Ja, okay, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Lager und wir müssen dann noch den Anschluss machen. Ja, 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 richtig. So, also nochmal Fensterscheiben. Ah, ich nehme die aus der Kiste. So, dann eine Metalltür. Und hier, da, ja, okay. Haben wir was da? Nee, Moment, wenn man da Metall erzeugt ist, da ist eine Tür. Eine genügt, ja. Und wir brauchen noch einen Druckknopf. Ah, dann lassen wir den aber auch aus Stein machen. Der mit Holz, für den brauchen wir, der hält die Tür zwar länger auf, aber ich will ja kein Holz verwenden. Ja, gut. Mal schauen. Das haben wir auch, ja. Dann gehen wir mal wieder zurück. Da hin, zum Militerportal. Und schauen mal, was wir da jetzt hinkriegen. Wir setzen jetzt erstmal die Fensterscheiben ein. So, aber von innen, weil das einfacher ist, da komme ich überall hin dann. So, da haben wir ja nichts. So, okay, sehr gut. Und da jetzt die Tür. Die mache ich aber von außen. Ja, genau so. Und da oben drauf der Knopf. Da kann man da reingehen. Auch mit dem langsamen Seelensand hier. Ach, ich muss da von... Ich muss da von innen auch noch was machen. Okay. Jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Okay, gut. Wir brauchen noch einen Glattstein. Um einen Knopf draus zu machen. So. Ach, da geht das jetzt gar nicht hin. Da müssen wir das so machen. Okay. Oh, nee. Das ist ja verkehrt. Moment. Ich muss ja da Ziegel hinsetzen. Okay. So. Ja. Dann haben wir hier unser schönes Haus. Wie machen wir das jetzt mit der Beleuchtung? Wir hängen da einfach so ein paar Glühsteine hin. Ich mache mal die Fackeln jetzt mal einfach alle weg. Was vielleicht gar keine gute Idee ist. So. Jetzt haben wir nur innen, was? Ja, okay. Okay. Ich muss einfach mal... Ja. Egal. Ich dachte, ich hätte die Weste jetzt angezogen. Nö, habe ich nicht. Habe sie doch glatt daneben geschmissen. So. Und jetzt setzen wir einfach mal an die Decke. So. Und auch hier mal. So. So. Unregelmäßig. So. Das dürfte hoch genug sein hier. Ja. Und innen auch noch. Moment. Ach so. Innen erstmal die Fackeln alle weg. Das so... Innen soll es aber besser aussehen. So. Oh ja. Echt dunkel hier. Wir machen das dann am besten so. Ah. Jetzt habe ich keine Werkbank hier. Da kam gerade noch raus. Wie? Was? Es ist hier richtig dunkel. Das ist ja richtig dunkel. Hey. Moment mal. Ja, doch. Der Glühstein, der bringt schon was hier. Aber da vorne in der Ecke. Dann müssen wir eben da auf was hinsetzen. Das ist alles nichts. Oh. Moment. Ja, ja. Ist ja gut. So. Gut. Lassen wir so. Die Kiste will ich da jetzt auch weg haben. Die kann ich ja ins Haus reinstellen. Da lasse ich nochmal offen. Was wollte ich jetzt eigentlich draußen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ach so. Ich wollte jetzt zur Werkbank. Ja. Genau. So. Und daraus... Was machen wir dann hier? Ne. So. Ja, genau so. So, da machen wir jetzt einfach was. Ach so. Hm. Das geht nicht. Dann müssen wir tatsächlich ein Loch in die Decke machen. Und das so machen. Nutzt alles nichts. Ne, das geht so nicht. Ähm, also doch, geht schon, aber es dauert mir zu lange. Ist das in der Mitte? Ja. Da müssen wir also über der Tür und dann den hier. Ja. Damit sollte das hier drin hell genug sein. Jetzt ist nun die Frage, was machen wir hier drin? Ach so, wir müssen ja noch den Boden hier machen. Ja, genau. Den Zugang. Hm. Der soll natürlich hier hinten sein. Das heißt, wir können hier zumachen mit Glattstein. Ja, erstmal ein bisschen Licht machen. Ist nicht verkehrt. So. Oh ja, da war auch noch. Und dann machen wir hier einfach, weil es einfach ist, eine Leiter hin. Die kann ich jetzt natürlich nur aus Holz machen. Das ist klar. Geht dann halt nicht anders. Da muss eins offen bleiben. So. Gut. Hammer. Ach so, jetzt komme ich jetzt halt nicht mehr hoch. Dann muss ich mich da eben hoch bauen. Habe ich denn jetzt Holz mit? Beziehungsweise sogar Leiter wahrscheinlich nicht. Da habe ich sogar noch eine Kiste. Gut, brauche ich jetzt aber nicht. Ich kann allerdings hier schon mal wieder ein bisschen Material reinfüllen. Den ganzen Seelensand. Ey, ist da so viel Seelensand da? Ne, da ist noch ein bisschen Erde. Das ist auch Erde. Aber da ist noch Sand. Wo kommt der? Hier. Habe ich denn tatsächlich so viel gebaut hier? Ach so, ich habe die Kiste ja abgebaut. Ja, okay. Na gut, macht nichts. Was wollte ich jetzt eigentlich? So ja, so ein bisschen Einrichtung. Ja, das machen wir einfach hier mit. Ach ja, hier. Leiter, genau. Richtig. Machen wir da eine Klappe hin? Oder lassen wir da offen? Ach ne, wir machen da eine Klappe hin. Also es geht halt dann doch nicht ganz ohne Holz. Aber, soweit es geht. Können wir da sowas hinbauen? Na, ne, dann lieber so. Und da können wir also ein paar so Alchemie-Sachen draufstellen. Ja, hier, das lassen wir so offen, dass man da ganz dran treten kann. Ja, ansonsten reicht das ja eigentlich auch schon. Das braucht nichts Großartiges zu sein. So, gut. Also dann gehen wir mal ins Lager. Holen uns Leitern. Die sollten hier sein. Und dann ein paar so, wie heißen die Dinger? Äh, Mai-Jau. Braustand. Ja, genau. Braustand. Drei. Stellen wir fünf hin. Irgendwas anderes noch? Nö, ich glaube jetzt eigentlich nicht. Ja, gut. Das war es eigentlich schon. Da kann ich ja immer noch was dran machen, wenn mir was einfällt. Aber erstmal bin ich so eigentlich ganz zufrieden damit. So. Ja, die Leiter, genau. Ich fange mal mit der Leiter an. So, die kommen einfach da ganz hinten dran. So. Ach ja, die Klappe wollte ich ja auch machen. Stimmt. Äh, ich wollte eine Klappe machen. Ja, okay, gut. Dann machen wir gleich noch eine Klappe. Da kann einer hin. Jetzt ist noch einer übrig. Wir haben noch Platz für einen. Dann kommt der da hin. So. Äh, eine Klappe. Habe ich ja eigentlich Holz mit. Dass ich mir jetzt auf die Schnelle eine Klappe bauen kann. Und nicht, äh, teleportieren muss. Nein, ich habe hier kein Holz mit. Ich habe nur die Kiste mit und die Leiter. Okay, nutzt alles nichts. Das da ist schön zugewachsen. Ja, sieht man jetzt im Dunkeln nicht ganz so gut. Aber das sieht viel besser aus. Ja gut, dann nochmal zurück ins Lager. Und eine Holz- und eine Holz- und eine Holz- und eine Holz-Klappe. Und eine Holz-Klappe. Die Stein- äh, nicht Stein-Klappe. Ähm, die Metall-Klappe kann ich ja nicht aufmachen. Oder? Da gab es doch. Moment mal, da gab es doch noch eine. Die hier. Eisen-Falltür. Ja, aber die kann ich ja nicht aufmachen. Aber warum heißt das dann Falltür? So, hier. Nee, die kann ich nicht aufmachen. Ja, hatte ich doch recht. Ja, also das heißt, wir nehmen keine Eisen-Falltür mit. Sondern Holz... Jetzt habe ich aber keine Holz-Falltür eingepackt. Ja, okay, gut. Das heißt... Ich hole gleich eine. Nee, die ist ja da. Ähm, eine genügt ja. So, damit wieder zurück. Ja doch, genau. Zum Niederportal. So, dann also jetzt die Holz-Klappe. Dann muss natürlich die Leiter hier weg. Ja, genau, so. Ähm, das wäre das. War das dann alles hier? Ich glaube, erst mal schon. Noch mehr anpflanzen? Ja, nee. Das will ich jetzt mal nicht. Da lasse ich jetzt auch noch mal offen. Ja, die andere Geschichte ist jetzt natürlich noch, wo wir den Gang hier lang machen. So, der ist ja... Ja, gut, fackeln. Ja, mit der Beleuchtung muss ich mir noch was ausdenken. Da könnten wir was in den Boden machen oder so. Bislang kommen wir erst mal hier raus. Aber mehr noch nicht. Übrigens kann das auch hier weg. Jetzt muss ich da noch hüpfen, ne? So. Okay, da oben. Ah, da ist ja auch noch was. Da ganz oben wollte ich ja offen lassen. Das ist ja so. Das soll ja so sein. Ja gut, dann machen wir doch eben noch das dazu. Wir haben jetzt auch nicht mehr allzu viel Zeit. Aber das sollten wir noch hinkriegen. Ansonsten dürfte ja alles gemacht sein. Ach, da fällt mir was ein. Da hat doch Ultrona was gesagt hier. Vielen Dank nochmal, Ultrona. An diese Verteilung hier. Dass ich nämlich von beiden Richtungen aus anfange zu zähle. Bis ungefähr zur Mitte hin. Da hatte ich ja immer einen Abstand von 8. Und in der Mitte würde ich ja dann schon irgendwo zusammentreffen. Dann hätte ich ja eine Unregelmäßigkeit. Die sich dann aber in der Mitte befindet. Und damit wird das Ganze symmetrisch. Und das ist ja eine gute Idee. Habe ich natürlich auch schon öfter gemacht. Aber da eben nicht dran gedacht. Also ich bin jetzt aber eigentlich auch erstmal ganz zufrieden damit, dass das eben so ist. Aber irgendwie, ja... Ich glaube, ich mache das doch noch anders. Weil das ist echt hier nicht viel Aufwand. Jetzt habe ich die Sachen nicht mit. Doch, hier ist was. Und dann von hier auszählen. Habe ich denn jetzt noch... Ne, was müsste ich denn da machen? Ich mache das auch nochmal weg. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Naja, wie das so ist. So, die sind übrig. Das kann ich auf jeden Fall so lassen. Und jetzt hatte ich hier einen Abstand von 8. Ich zähle lieber nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, 8 dazwischen. Ja, dann wäre es aber auch sinnvoll, hier so eine Ecke hinzumachen. So, genau. Da fällt einer an. So, genau. Hier mit sowas anzufangen. Habe ich das da drüben auch? Jetzt mache ich doch wieder was ganz anderes. Nein, das habe ich hier nicht. Okay, gut. Das fängt hier einfach so an. So, wie das da vorne auch war. Gut, dann baue ich das da vorne auch wieder um. So und so. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da ist dann das neunte. So, Moment. Da und da. Und da einer drunter. Aber die habe ich doch angeglichen. Da, oder? Ja, genau. Die an der Seite. So. Und so. Okay, jetzt sind wir schon dabei. Dann machen wir das doch auch. Aber die Frage ist nur, wo baue ich die jetzt weg? Ich muss jetzt noch der Folge dranhängen. Das hilft alles nix. Ich will das jetzt noch machen. Und dann noch ein bisschen dies und das. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. ch Nora. glaube ich.